Hallo zusammen, ich habe einen Kommentar gekriegt, dass leider die Liontron Batterie nicht in unsere Batteriebox geht. Und wenn ich das hier aufmache, diese 100 Ampere Liontron Batterie, die kriege ich nicht rein. Jetzt habe ich als Kommentar zu Retto geschrieben, ja könnt ihr die aufmachen und den Inhalt reinstellen. Der Inhalt alleine, die Batterie, die geht dann rein, das ist überhaupt kein Problem. Ich hätte sogar noch eine mit dem Transportschaden. Diese Box hier, die ist hier in den Ecken ausgebrochen, hier und auch hier hinten. Logischerweise ist dieser Sicherheitskleber entfernt, da gibt es keine Garantie von Liontron. Die gibt es ja auch so nicht, aber das ist ein anderes Thema. Hier hat es auch noch ein Kleber drauf, vom Arctic. Du könnt ja auch so Kleber haben. Und diese Batterie, wir sehen hier das App, leuchtet nicht, 99%. Sie hat vier Zyklen, habe sie jetzt mal auf und ab geladen. Die Batterie ist an sich in Ordnung. Also wenn jemand diese Batterie will, zerlegt, mit diesem Transportschaden. Ich mache mir ein Angebot dafür. Kann ich hier unten in die Kommentare schreiben. Aber ich habe ja keine Liontron mehr. Ja, habe ich ein Video gemacht, hier das Ende von Liontron. Kommentarlos, überflüssig. Ich habe die Batterien bekommen über Bosswerk, nicht über Liontron, wurden die mir verkauft. Hier das Video von Liontron und hier unten ein Video über die Batteriebox. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.